hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer runde rage mode endlich mal wieder minecraft auf diesem kanal hier ich mache in letzter zeit nicht so viel aber das wird sich jetzt in hallo lassen sie mich was ist das denn werde ich jetzt hier gehackt oder was ist los was war das denn mal einfach ich werde auch mal versuchen jetzt ein bisschen mehr minecraft zu bringen nein nicht sein ernst ist jetzt nicht sein ernst könntest du das mal wieder lassen ah ok komm laufen wir denn hinterher lauf für den hinterher deine schnauze er kommt auf damit was ist das alter auf jetzt darf ich hier nicht lang oder was was ist das ich habe einen guten kling hängt der server oder was ist los hier komm schon jungs was ist denn das er wurde getomahockt der erste jetzt bin ich erster ich bin der boss in dem game was hallo halt deinem fresse maul du wuchensohne der ist mir zu anstrengend komm schon ja ich hab gewollt gehen Gigi ok das war jetzt die Runde und es kommt jetzt in nächster Zeit ein bisschen meine Mienekraft weil ich jetzt wieder Mienekraft spielen können davor konnte ich nicht so viel weil ich immer vom Server geflogen bin wegen irgendeinem scheiß Server Error oder irgendeinem internationalen keine Ahnung kack jo oh Jun